treffen wir uns links oder treffen wir uns rechts treffen wir uns gar nirgendwo einfach richtig okay also mit allen tricks allen drum und dran hab ich den schalldämpfer mehr drauf bin ja die seite zu orten ach scheiße verzogen so ein Mist ich hab mein Dings ausgemacht ne ich hatte dich eigentlich direkt auf Kopf und dann zieh ich einen kleinen Moment gewackelt und dann zack ich muss mein Headset auch noch anstecken die Gelegenheit würde ich mich zu beläppen aber die Maus habe ich trotzdem in der Hand kann ich mich nicht bewegen den den ich bin gerade an dir vorbeigelaufen ne nö ne ok no no ich denke da ist er so jetzt wachtest du einen Moment und dann zack auf den Scope drauf ey ich bin gespannt von welcher Seite du kommst ne ne wie konnte ich dich denn jetzt übersehen das war ich hinter der Kiste so ne ey Penis was je ist wie schlecht bin ich denn gerade bitte gar nicht das hat nichts mit schlecht zu tun ich hab mein Headset wieder auf nur spiel keine Musik ja trotzdem müsste ich dich doch langsam mal erwischt haben 39 wenn du es genau wissen willst ich mein in der Runde jetzt hier das ist richtig doch also wenn ich kein totaler Noob wäre das ist richtig langsam mal gekillt haben ich hab mir gerade irgendwo durchsteckt ich suchte ja auch schon ne kurze Beide steig mal ins Beide bei mir ach leck mich doch am Arsch das kann jetzt nicht sein vor allen Dingen ich seh die auch noch ne danke hab ich schon ne anderen Sau versprochen oink oink ne aber men ich bin ich hier gerade unkonzentriert oder so wann jetzt hast du mich ja jetzt 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 bist du mir aber direkt auch in den Lauf hierrand ne ich weiß ich hab dich ja gehört ich dachte mir jetzt mal drauf zu und guckst was passiert ich sollte vorher aus dem Scope rausgehen ich hab's auch Bumpel abgefeuert um sich zu töten ich bin einfach nur grottenschlecht gerade konzentration nee ist ein Monster Energy in der Nähe wenn ich ihn brauch entschuldig kann einfach nicht sein ich brauch mal neue Bumpel das ist so gemein ich brauch mal neue Bumpel ich hab grad Lauf tut mir leid das ist schon kein Lauf mehr das ist ne Blamage also ich glaube ich hab selten so schlecht gespielt sag ich doch ähm ich hab einen rennenden im Kopf getroffen ja deswegen sag ich's ja ich hab selten so schlecht gespielt du bist nicht schlecht das ist doch du bist gar nicht so fisch für scheiße ich hab nur grad außergewöhnlich gut äh Glück und Tag ich bin in der vollen Vorteilsposition du bist voll in meinem Lauf drin und ich krieg dich nicht kalt also ganz ehrlich so scheiße habe ich noch nie gespielt was ist jetzt schon wieder mit meiner Tastatur die Lid quer liegt ich gebe dir einen Tipp ich sitze irgendwo weiter oben nicht ganz müde mit zwei Hip-Hunts irgendwie bist du an der anderen Seite rausgerannt scheiße ich weiß nicht jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das gibt es nicht ja das war vor, du wolltest irgendwie umfallen ja nee, aber weißt du, ich hab dich garantiert jetzt viermal im Visier gehabt und nö, ständig schieß das scheißding daneben ich stelle mal meine Sensi ja, nee, Sensibilität runter LOL! was war denn das? ich hab in die falsche richtung geguckt ja nee, aber wie du dich gedreht hast und dann auf einmal Bob, war es von mir fein ja, das hab ich mir auch mal gefragt, so, hä? was? ja, klar, komm, game ab und zu, willst du mich einfach nur verarschen? ich hab nur 39, ich hab sowas schon angefragt schöner Headshot hä? schöner Headshot von mir das war kein Headshot nö sauber jedenfalls von meiner Perspektive so aus komm ach ne ach ne noch Schütze na ja 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 ich bin nur noch Schütze ja ja Das sind sie alle Was ist er denn? Verwicht dich mal wieder Verwicht dich mal wieder Wo bist denn du? Machst du Urlaub oder was? Bansinn! Alter Wir lassen doch Ziemlich schlecht getroffen War jetzt so überraschend, dass du da jetzt rauskommst Spawnschutz Konnte nichts machen, aber verloren habe ich eh Boah, das war jetzt glaube ich die schlechteste Runde, die ich je in diesem Spiel gespielt habe Oh man, war ich jetzt mies So gut war ich jetzt aber anders Eine ganze Ecke besser als ich Oh ne Hat aber trotzdem Spaß gemacht Man muss halt ja alles mit Optimismus sehen Man kann ja nur besser werden Ja, dann muss ich es halt gegenseitig gönnen Ja Nichts mal kriege ich von dir aus morgen Wir werden sehen Ich denke mal Wir spielen beide nicht unbedingt sauschlecht Wir spielen zwar nicht auf dem Pro Level oder so Aber auch nicht auf dem totalen Up Level Ja, dann auf jeden Fall Ja 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 Ja